So hallo, wir machen weiter, wie gehabt mit Musik von Kyumu, bei Fortnite und wir müssen ganz kurz gucken, ob es neue Missionen gibt, weil ich glaube, wenn dann nur eine neue bei dem hier, brich in verschiedenen Vierteln durch Türen, oh, okay, dann starten wir doch gleich hier, dann starten wir doch gleich hier damit. Dann machen wir das doch gleich. Ich soll durch Türen brechen, einfach kaputt machen wahrscheinlich, ne? Okay, was auch immer diese, was auch immer es für einen Zweck hat, dass man jeden Tag nur ein neues dazu bringt. Wahrscheinlich, dass man halt das Spiel einschaltet oder so, keine Ahnung. Meinetwegen, so. Okay. Und wo sind jetzt Türen, durch die ich brechen soll? Kann ich hier durch die Tür brechen? Ist das bricht durch Türen? Ne, scheinbar nicht. Stabil. Na gut. War da gerade eine draußen? Ey, bleib hier. Hilfe. Ah, Mist. Äh, schwierig. Versuch was wert. Nice. Sehr, sehr schön. Die hätte ich schon gerade noch. Da war jetzt ganz schön viel los am Anfang. Bin doch jetzt noch gar nicht geschaffen für irgendwelche Kämpfe. Mano. Oh, nice. Okay, so. Bricht durch Türen. Wo? Welche Türen? Was? Ich versuche mal da rüber zu kommen. Hier scheint es ruhig zu sein. Die haben doch nicht mal die Kassen hier geplündert. Was ist denn da los? Neun. Sehr wichtig. So. Okay. Oh, Kokosnuss gibt auch Schild. Haben wir gelernt. Ah, erstmal Energie. Okay. Auch gut. Ich bin sicher, dass du das willst. Ich bin sicher, dass du das willst. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Boah. Das war so bad, was ich gerade fabriziert habe. Aber ich meine, hey. Es ging gut. So können wir... Oh, was ist denn das hier für eine Ansammlung? Also. Ich will die blaue. Ich will die blaue. Oder nicht die grüne Striker Pump Gun. Danke. Und die Erstschuss-Schrotflinche. Danke. Okay. So. Jetzt bin ich happy. Kann mich erneut... Nein. Wo ist meine andere Kokosnuss hin? Da. Kann erneut mein Schild aufladen. So. Ei, ei, ei. Ja, aber wie breche ich denn jetzt Türen auf? Und was für welche? Hier, da ist nichts drin, Pool. Danke dafür. Oh, sehr gut. Aber beiß jetzt mal gleich ein, dass unser Schild voll ist. Prima. Okay. Der war durchbricht Türen. Wo, was, welche? Oh, shit. Oh. You are dead. So. Aber hier ist was los, ne? Aber wo soll ich jetzt durch Türen brechen? Ich sehe keine Tür, durch die ich brechen kann. Also ich habe ja schon Türen gehabt, aber wie bricht man da durch? Oh. Bricht durch Türen schaden sie. Kommt auch gleich die Zone, ne? Ach ne, wir sind in der Zone. Oh, okay, okay. Alles gut. Das ist ja auch kein Durchbricht. Wie bricht man durch Türen? Ach so. Okay. Kann ich, also kann ich, muss es verschiedene Viertel sein oder kann ich auch einfach die gleichen Türen benutzen? Oh Mann, ich bin so doof, na? Okay, es müssen die anderen Viertel sein. Gut, okay. Ich dumm, alles gut. Komme ich noch zu irgendeinem? Ja, hier käme ich noch hin. Aber das kann man auch später machen. Das muss jetzt nicht jetzt sein. Ich bin so blöd, ne? Okay. Ja, wie... Oh, Junge. Oh. Immer schlecht, wenn man nachladen muss plötzlich. Und so blöd ist zum Treffen, aber passt schon. Nein, wir killen schon wieder richtig viel in der Runde. Das ist super gut. Wir brauchen ja die Kills. Gerade sind die viel wichtiger. Als sonst. Also sie sind sonst auch wichtig, aber ihr wisst, was ich meine. Gerade kürzer zu einer Mission Kills zu sammeln. Deswegen gehe ich auch so massiv rein, weil es mir wichtiger ist, lieber einen Kill mitzunehmen. Als dann ewig lange nichts zu tun. Und dafür viel Zeit verstreichen zu lassen. Wir mischen uns ein. Wir mischen uns ein. Oh, Bruder. Wow. Okay. Gebe ich ihr. Gebe ich ihr. Huiuiui. Johnny Rakete. Huiuiui. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich schon so viel vorgeschwächt habe. Aber es war scheinbar nicht gut, was ich getan habe. Die hat gut geschossen. Huiuiui. Ist okay. Ist okay. Von mir aus. So. Ja gut. Dann ist das so. Wir sehen uns gleich wieder. So. Wir sind wieder am Start. Äh. Wo hätten wir denn jetzt die nächste Tür zum Durchbrechen? Nehmen wir die da. Ist vielleicht ein bisschen blöder, jetzt nachträglich runter zu gehen, nachdem schon andere runter sind. Aber ich glaube, so viele steigen da auch noch nicht unbedingt aus. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh. Ja. Gut. Die Anzeige sagt so gerade ein bisschen was anderes. Wir starten mal bei dem kleinen Häuschen da. Oder wir starten da oben. Ist das schon? Das sind Truhen. Da sind richtig viele Truhen. Oh mein Gott. Das ist ja ein super Startpunkt. Die Hoffnung, dass ich auch schnell genug was zusammenbekomme. Was ist das denn? Äh. Sturzpolster. Wie was? Wie funktioniert das? Ich kenne das nicht. Das ist neu. Ah, okay. Damit kann man, okay. Wenn man irgendwo weit runter springt oder so, kann man das wahrscheinlich einsetzen. Joa, wir haben einfach schon ne lila ne Waffe. Das ist strong. Das ist sehr, sehr gut. Ähm. Moment. Soll ich die Sturz... Was behalte ich denn jetzt? Ich mach's mal so. Granatenwerf ich eh so super... Wait. Wie ist noch? Ach, da oben. Ja, geil. Ich wollte gerade sagen, Granaten behalte ich eh so super sehr... Oha. Wie viel haben wir davon? Nein. So. War da einer gerade? Da hat sich doch was bewegt. Tatsächlich. Schade. Ein Versuch was wert. So, schnell ne Tür hier durchbrechen und dann ist erstmal cool. Gut, gut durchbrochen die Tür. Ah, Mann. Gut. So. Damit ist alles getan, was wir hier tun wollten. Jetzt wär's nur schön, hier noch ein paar Kills mitzunehmen. Und heil wieder rauszukommen. Aus der Nummer hier. Ne, hier ist nix nach. Ne. Oh, wir brüchten auch noch Schild. Das ist kein Schild. Ne, das macht so... Das macht die Eisfüße. Da bin ich nicht so Fan von. Oh, das macht Schild. Ihr gebt mir halt den scheiß Pilz. Mein Gott, ey. So. Mehr Munition. Oder auch nicht. Mehr Munition. Sehr gut. Haben wir mit der Person da drin schon mal gequatscht? Ich kann mir das doch nicht merken. Ihr wisst es doch. Ach ja, das ist der Fisch Heinz. Ja, aber komm. Vielleicht hat er ein Schild für uns. Sag ich ja. Sehr gut. Mehr Schilde wird immer gerne genommen. So, und ist noch ein Schildpilz. Nehmen wir. Was ist denn mit dir los? Alles klar. Alles klar. Bestäbchen. Alles klar. So, wo müssen wir hin? Ah, wir könnten hier noch kurz eine Tür eintrennen. Haben wir leider bisher keinen einzigen Kill mitgenommen. Aber es gibt Schlimmeres noch. Dafür haben wir nämlich die Türen eingerannt. Ist doch auch was. Wenn man jetzt so viel verschiedene Sachen hätte. Aber gut. Egal. Oh, da drüben wir unsere Räumchen. Da habe ich ganz vergessen. Aber jetzt gerade nicht. Ich bin so schlecht. Ich liebe es einfach mit dem Auto. Die Typen zu überfahren. Es ist so insane. Es ist so insane, wie krass so ein Auto einfach ist. Oh. Oh, das hat nicht so gut getan. Wo ist er hin? Der Heck. Ach, da oben. Gut Zünd dich selber an Oh Gar nicht mal so schlecht geworfen Merke ich gerade Aber ich meine Der verbrennt doch jetzt da drin auch Oh shit Schade Ah war ich wieder zu übermütig Na gut Na gut Nicht so die beste Runde Wir sehen uns gleich wieder So Weiter geht's Ähm Schnellster Weg Um Türen aufzusprengen Ja komm Machen wir es bei Tilted Towers Machen wir es bei Tilted Towers Scheiß drauf Erstmal runter So Dann da rüber Wir könnten eigentlich Da bei den Wohnwägen starten Ich hoffe nur Dass da jetzt nicht alle Drei Leute landen Die um mich rum sind Schwierig Das ist keine Waffe Das ist schlecht Hier gibt's Waffen Und schon wieder Dieses komische Pad da Okay Das hab ich noch nie gesehen Und jetzt gleich zweimal Auch interessant Ja mehr Waffen Sehr gut Ich hab übrigens Gerade zu spät gesehen Dass diese komische Waffe Die ich da eingesammelt hab Sie war zwar legendär Aber es war diese blöde Automatische Maschinenpistole Von der bin ich hier überhaupt kein Fan Deswegen hat das auch gerade nicht sonderlich gut funktioniert Was ich da so hab Aber naja So ist halt ne So schnell irgendwo eine Tür einrennen Und dann sind wir happy Und zack Perfekt So damit haben wir damit auch Unsere Ruhe Ein bisschen Schild Ich höre Kiste Aber Ah Okay Wollen wir mal ein bisschen Für Furore hier sorgen Oha Furore War da oben grad einer? Ne schade Sind wir auch im Gebiet? Wir sind auch im Gebiet Also wir können eigentlich hier bleiben Können hier bleiben Und uns noch ein bisschen ausrüsten Vielleicht Jawoll So Vielleicht noch ein bisschen Schild Ja Schild Gebe mir Schild Danke Und Munition Und Munition Und ein Tresor Auf geht's Nice Okay Okay Uh DMR Wirklich fast DMR Ich weiß immer nicht was stärker ist Na Aber die ist ja grün Ne 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 Aber wir könnten das ersetzen Machen wir es Machen wir es Ah Die Aufladbare Genau Die Aufladbare Will ich nicht Mit der komme ich nicht klar Oh Sehr nice Wir trinken kurz was Nein So Da hinten war gerade einer Oh jetzt fährt er weiter Schade Da Da hinten ist einer gelaufen Hat er mich gesehen Ich hab ihn jedenfalls gesehen Mal gucken ob wir den Überraschen können Da war er Oder sie Oder es Nein Okay Wuh Er hat mir böse wehgetan Hier Der hat mir böse wehgetan Sheet Okay 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 Gut Ei 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 Oh da ist noch ne Kokosnuss Sehr gut Die nehm ich doch noch gerne mit Das heißt mit nicht Aber ich setze sie gerne ein So Bissel Schild Wär ich ja wie nix Ne Ähm Oha Jetzt wird Tilted Towers Aber ordentlich abgeräumt Hier Yo Ich hab's zu spät gesehen Ah mein Gott Hat der schnell gewechselt Hat Die schnell gewechselt Jakob Michal 10 Schnell gewechselt Ja Ist okay Ist okay Gut So Ähm Ich geh mal kurz ins Menü zurück Weil ich würd sagen Den Part schließen wir hier dann ab Yo Ist in Ordnung Ich würd sagen Den Part schließen wir dann hier ab Wir haben unsere drei Türen Und einige Kills mitgenommen Ich will nur mal kurz gucken Wie viel jetzt noch so fehlt Dass ich das grob übersehen kann So Also Ah Das war der letzte No sweat summer Auftrag Damit ist das durch Damit ist das jetzt durch Okay Alle Aufträge abgestattet Deswegen gab's noch gerade Die Schildanimation Ich verstehe Gut So Äh Täglich wäre eigentlich Nicht so dramatisch wichtig Aber vielleicht ist noch was leichtes dabei Oh den Geist hier Okay Das machen wir auf jeden Fall noch Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit Ähm Okay und das auch Ja Okay Die zwei Die zwei täglichen nehmen wir noch mit Dann gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz rein Wir gehen noch mal ganz kurz rein Und hier halt Wir sind auf dem besten Wege Die Kills hier fertig zu bekommen Dann ist auch da oben das alles voll Läuft Läuft Es läuft alles durch Es läuft einfach alles durch Wir gehen noch mal rein So Da geht's auch schon gleich wieder los Wie gesagt Wir müssen unbedingt bei den Geistieren runter Egal wie der Bus fährt Aber der passt Der fährt gut Der fährt gut Wir können dann da drüben runter Kurz Geist hier Und da sind auch dann gleich Wölfe Deswegen Das sind zwei tägliche Missionen Die man sehr schnell erledigen kann Und die EP nehmen wir doch einfach gerne mit Die schneller wir nämlich bei Level 100 sind Umso eher ist dieser ganze Spuk hier vorbei Weil ich dann nicht mehr allzu viel Gründe habe zu spielen Also dann habe ich halt nur noch Grund Wenn es diese Hauptmissionen weitergehen Wenn es wieder was zum Freischalten gibt So Da habe ich dann wieder Gründe Aber ansonsten nicht sonderlich viel Also Ab zu den Geistieren Die sind da drüben gewesen Genau Und dann starten wir am Strand Dass wir uns noch ein bisschen was holen Erstmal Mit Waffen und so Kram Das brauchen wir ja trotzdem Das hilft ja nichts Aber wir haben hier ziemlich unsere Ruhe Weil hier startet kaum jemand Hier ist man einfach komplett ungestört Was halt voll gut ist Ja sehr gut So dann haben wir eben schon mal ein bisschen Ausrüstung Jetzt können wir unser Schild noch aufladen An den Pilzen Die hier rumfliegen Habe ich gedacht Aber irgendwie sind die nicht da Wo sie sonst sind Werden die mal wieder neu platziert Scheinbar Die werden immer wieder neu platziert Guck mal Das wusste ich gar nicht Ich dachte die haben so eine feste Stelle Aber haben die gar nicht Da ist einer diesmal Okay So Okay dann lasst uns mal schnell zu den Geisieren laufen Nicht da gut eigentlich auf Wo sind die denn gewesen Nein Ich wollte verschieben Äh da Ah ja okay Ein bisschen bin ich doch Ein bisschen bin ich doch davon weg Ups Aber ist okay Ich wetsch jetzt nicht irgendwo mittendrin In einen reinrennen Plötzlich Das wäre halt echt Pech Das wäre halt echt böses Pech Wenn ich jetzt Oh haben wir Mit der Person haben wir safe noch nicht gesprochen Das ist bestimmt so eine Person Die uns noch fehlt Das ist safe eine Person Die uns noch fehlt Sehr gut Dann machen wir das gleich mal Hallo Lass dich gar nicht lange stören Muskelkater Ne wir kennen uns noch nicht Yes Sehr schön Es fehlen nicht mehr so viele Personen So Aber ich denke ich werde dann die restlichen Personen Irgendwann mal per Dings machen Per Liste oder so Alter Muskelkater ist ja in Ordnung Ich will Das da Danke Okay So ein bisschen vorsichtiger Ich will dass das hier nicht noch schief geht Hier Sehr gut Nummer 1 So und jetzt brauche ich nur noch einen Geysir schnell Dann haben wir nämlich den zweiten täglichen Auftrag Und da unten sind die Geysire Damit haben wir dann den dritten täglichen Auftrag Wir sind auch gut in der Zone Ja Perfekt Damit sind wir nämlich fast schon wieder ein Level weiter Naja wir sind in der Hälfte von der Level Ist egal So Gibt es jetzt irgendwelche Aufträge die wir noch zu erledigen haben Irgendwelche Nein Es ist Es ist alles Durch Außer halt killen und Sturm überleben Ansonsten ist alles aktuell durch Was ein Luxus Okay Ja dann gehen wir killen So Noch mehr Schilde holen Sehr sehr gut Da vorne wird geschossen Oh da hat noch jemand noch nichts geplündert Dann plündern wir Nice Und damit ist unser Schild auch voll Perfekt Nein Nicht den Reifen Bescheuert Oha Hier war eine blaue Kiste Aber die ist natürlich Da sind natürlich die guten Sachen schon weg War das auch okay Ist hier Ne das ist wieder so eine Hier kannst du Voten zum verändern Map Ne Ja ja Nein danke Ich behalte mein Geld Erstschuss Haben wir schon Ah auch keine Munition mehr Oder so Hoppala Sehr gut Wo Oh genau da hinter mir Hä Die Person hat scheinbar keinen Bock auf mich Oh Nein Jetzt haut alles ab Oh shit Ich kann es überhaupt nicht sehen Was das alles ist Okay Southback ist auf jeden Fall am Start Oh ja Moin Hier ist so eine Mast Ah stimmt Die können wir auch noch suchen Das ist völlig korrekt Da fehlt jetzt nur noch eine hier in dem Gebiet Na Vielleicht finden wir die ja zufällig noch Auf schnell Wär witzig Komm Vielleicht hier hinten raus Ist da vielleicht auch noch eine Maske Was jetzt passiert Ach bist du müde Achso Ja gut Ist doch in Ordnung Ich wollte dich auch gar nicht mehr mitnehmen Das war doch Du hättest doch Schön gechillter bleiben können Ist doch alles in Ordnung Ruhe dich aus Ich hab dich ja extra oben gelassen Oh warte mal Naja blau ist immer noch besser als Ah das wird schon witzig Die letzte Maske noch zu finden Gut was daran witzig wäre Weiß ich nicht Aber Gut Das wär gut Sollte die Ich mein Es ist so sonderlich gut Krass versteckt sind die ja auch Sonst eher nicht Also die müssten dann doch irgendwo hier sein Aber vielleicht auch oben Oh Gott Oh Bruder Alles klar Tier Alter der hat mich fast Obst genommen Zum Glück nur fast Aber was hat er denn da hübsches dabei Eine lila Eine Erschenschuss Nice Nice Dann machen wir das doch mal so Wo ist die letzte Maske Wo ist die letzte Maske Oh Okay wo kam das her Da drüben Jetzt bin ich mal der der gut schießt Jetzt bin ich mal der der gut schießt So Was ist das denn alles hier Oha Ich glaube Munition ist alles voll Ja krass Da ist die letzte Maske Scheiße Ich weiß nicht wo der Typ ist Aber hier ist die letzte Maske Nice Die waren alle bei dicht scheinbar Oh nein Oh der hat so viele Ja let's go Oh das wollte ich nicht Scheiße Nein Boah Yes Alter Da ist schon noch einer Wo denn jetzt Wo ist jetzt der nächste Ich komme hier gar nicht mehr zur Ruhe Wo wurde geschossen So Jetzt erstmal hier hoch Oh Auffüllen Sehr wichtig Scheiße Oh mein Gott Da drüben zwei Shit Mein ganzer Shit ist schon wieder weg Naja das wird nix Keine Chance Puh Okay Bisschen Schild haben wir wieder Aber das ist Oh scheiße Ähm Komm Jetzt kannst du mir wieder helfen Wo müssen wir denn hin Oder rüber Okay Scheiße 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 Ich hab das nicht gesehen No No Okay Gleich darfst du dich ausruhen Ach so jetzt darfst du dich ausruhen Wo denn Ey der ist zu gut Der zielt so gut Verdammte Scheiße Ja Ah okay Ne Keine Chance Keine Chance Bei solchen Leuten die so gut zielen können Aber ist okay Wir haben nochmal einiges mehr mitgenommen Sind Finde ich super Finde ich super Finde ich super Sehr schön Okay Aber Level Up war glaube ich noch wohl Oh lol Ein Level Up war glaube ich nicht mehr drin So jetzt aber nochmal wirklich zurück zur Lobby Und dann schließen wir wirklich ab Ne kein Level Up mehr Aber Deko Sehr schön Okay Und stimmt die Masken hat man auch noch vollständig bekommen Bei dem einen Ort Sehr sehr schön Ja jetzt ist hier nämlich nur noch das hier Das gibt halt noch XP So Ne Aber ist jetzt kein Muss mehr Die Hauptaufträge von TheBlock sind draus Sehr sehr gut Okay Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen 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 Vielen Dank.